Was darf zum Trinken sein, lieber Helmfried? Ähm, ich, äh, oh ja, sowas, was man im Moment nirgendwo, weil, ja, die Gastronomie doch jetzt wieder, aber lange nicht, äh, Campari-Soda, sowas. Sehr gerne. Ja, sowas einfach. Und zwar der Trick ist, mit so einem, ah, mag ich mein, ganz klein, ich schluck Weißwein so, hatte mir leichte Scheude dann, und, äh. Echt? Mit Weißwein? Ja, so, aber nur so ein bisschen, so ein, das ist nur so im Abgang. Das Problem ist halt, bei der Caro mit Bisschen hat sie's halt gar nicht. Achso, okay. Stell mal schon hin, ich muss nur das Eis aus der Schüssel kriegen. Das kriegst du hin. Liebe, liebe Caro, schaffst du's? Ja, ja. Lieber Helmfried? Ja? Du bist, und das ist echt Hammer. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Äh, doch, ein Bier, glaub ich.